hallo freunde willkommen auf meinem kanal heute werde ich ein neues video für sie teilen wieder einmal kamen umwerfende bilder von ibrahim jehan und sila türkoglu vergessen sie nicht die wundervollen fotos von halil ibrahim jehan und sila türkoglu zu löschen meinen kanal zu liken und zu abonnieren und uns nicht zu unterstützen vergessen sie nicht meinen kanal zu abonnieren und uns zu liken bevor sie zu dem wunderbaren video übergehen dass ich mit tollen bildern unserer erfolgreichen spieler halil ibrahim jehan und sila türkoglu vorbereitet habe türkoglu dich kennenzulernen war das beste was mir je passiert ist sila türkoglu hat uns alle mit ihrem beitrag überrascht sila türkoglu die eine schwierige zeit hatte dankte den namen die sie während dieses prozesses unterstützt haben wie sie wissen gab alil ibrahim jehan bekannt dass er in dieser zeit bei sila türkoglu war hier ist der beitrag von sila türkoglu vergessen sie nicht mein video zu liken und zu teilen bevor sie die einzelheiten der neuigkeiten erfahren sila türkoglu die in den letzten tagen ihren hunde buffy verloren hat nahm sie mit diesen worten entgegen du hast dich mit einer pfote zu mir umgedreht als ich nach einer hand suchte die ich in meinen schwersten zeiten festhalten konnte es war keine gute sache dich zu treffen das war das beste der punkt an dem sila türkoglu erklärte dass sie für jeden moment den sie mit ihrem hund verbrachte dankbar sei sei jeder moment mit ihr perfekt vielen dank dass sie sich für mich entschieden haben ich werde diesen film für den rest meines lebens weit ertragen wie sie erfahren haben war es zweifelhaft ob ein maskottchen die naturfigur in der cranberry sorbet serie begleiten würde aber aufgrund der sensibilität von sila türkoglu wurde beschlossen das szenario zu ändern was denken sie darüber im kommentar bereich können sie uns ihre meinung zu diesem thema mitteilen